Wo soll ich anfangen? Sagst du mir noch deinen Namen? Nola! Sie war meine Muse. So entstand also Harry Cabarets Meisterwerk. Ohne sie hätte ich es nie schreiben können. Der Schriftsteller Harry Cabare wurde heute verhaftet, nachdem die Polizei die Leiche der 15-jährigen Nola Callaghan auf seinem Grundstück entdeckt hatte. Sie war im August 1975 verschwunden. Denkst du, ich bin schuldig, Marcus? Harrys Wohnort Summerdale kannte ich gut, denn als Student hatte ich ihn dort oft besucht. Ich bin fassungslos. Ganz unvorstellbar. Harry hätte das niemals tun können. Die Welt muss das wissen, Harry ist kein Monster. Das war eine ziemlich dunkle Zeit damals. Sag mir, dass ich dein Mädchen bin. Nie im Leben hätte er so ein Verbrechen begehen können. Schnüffelst du mir etwa hinterher? Aber was, wenn ich falsch lag? Was wolltest du mit der Kiste in deinem Schrank? Ich habe Nola nicht getötet. Warum haben sie die Ermittlung nicht ordnungsgemäß durchgeführt? Sie wagen es, an mir zu zweifeln? Ach du Scheiße. Vergib mir bitte. Ich bin schrecklos. Ich bin schrecklos. Ich bin schrecklos. Untertitelung des ZDF, 2020